Hier sehen wir die WP ARO Pump Unit. Das ist eine WP ARO, druckluftbetriebene, schaltgedämpfte und pulsationsarme Beschickungseinheit mit integriertem Wiederanlaufschutz für Transfer- und Abfüllaufgaben. Es wird eingesetzt in der Industrie, in der Chemie, mit automatisierten Prozessen und hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Prozesssicherheit, mit Emissionsschutz und Arbeitssicherheit. Die besonderen Vorteile, erstens, hier einfachste Installation und Inbetriebnahme. Zweitens, mehr Sicherheit für Prozesse und Bediener. Drittens, die modulare Bauweise, die es jedem erlaubt, zugeschnitten für seine jeweiligen Bedürfnisse seinen Einsatzfall zu konfigurieren. Wir sehen als Hauptnutzen für die Kunden bei diesem ganz neuen Produkt die maximale Flexibilität und Sicherheit für Mensch und Prozess bei ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnissen. Mein Name ist Wolfgang Veth, ich bin Ingenieur bei WP ARO.